Hallo ihr Lieben! Ja, hier kommt sie, die versprochene Ankündigung für meinen nächsten Stream. Der wird stattfinden morgen Abend um 20 Uhr. Wir treffen uns um 20 Uhr hier unten im Dinotal beim alten Aufzug und wir machen einen Buddel-Stream. Also das heißt, wir werden gemeinsam durchs Dinotal reiten und ein paar Fundstellen besuchen. Mal gucken, was wir da so finden. Ja, eventuell vielleicht noch am Ende, dann rüber nach Forgrove, um bei Professor Jura was einzutauschen. Mal sehen, das entscheiden wir dann spontan, je nachdem wie es aussieht. Also, zieht euch was Warmes an, schnappt euer kältebeständiges Pferd, wenn ihr wollt. Ich werde hier mit meinem kleinen Mint-Cookie kommen. Und dann sehen wir uns morgen Abend um 20 Uhr auf dem ersten deutschen Server Winterstar im Dinotal unten am alten Aufzug. Ja, ich freue mich auf euch! Bis dahin, ihr Lieben! Tschüss!